yo meine leute herzlich willkommen zum moto gp saison 2021 aus frankreich qualified los geht's heute um 14 uhr 35 erster von der pole startet fabio cuartararo zweiter francesco bagnaia dritter maverick veniales und dritter mark marquez und vierter wanzaku so wenn euch das video gefallen hat lasst einen like da lasst noch mutter ciao